Es ist eine bittere Nachricht für die Fohlenfans. Der junge Rechtsverteidiger Simon Walde wird aufgrund einer Spätkomplikation in seiner Reha mehrere Monate ausfallen. Eigentlich auf dem Weg der Besserung, musste der 19-Jährige sich einer erneuten Operation unterziehen, was bedeutet, dass seine Rehabilitation von vorne beginnen muss. Für den talentierten Nachwuchsspieler könnte dies eine schwerwiegende Beeinträchtigung seiner Karriere bedeuten. Die Saisonvorbereitung ist eine entscheidende Phase für jeden Profifußballer. Es ist die Zeit, in der man dem Trainerteam seine Qualitäten zeigen und sich für Einsätze in der neuen Saison empfehlen kann. Besonders für junge Spieler wie Simon Walde ist diese Zeit von enormer Bedeutung. Doch während seine Teamkollegen um ihre Plätze kämpfen, muss Walde von der Seitenlinie zusehen. Eine Spätkomplikation in der Reha hat dazu geführt, dass der Verteidiger erneut operiert werden musste und nun für mindestens zwölf Wochen ausfällt. In der vergangenen Saison absolvierte Walde 17 Spiele für die U23 der Fohlen in der Regionalliga West. Obwohl er noch nicht fest in der ersten Mannschaft etabliert war, trainierte er regelmäßig mit dem Team und wurde langsam an die Anforderungen der Bundesliga herangeführt. Doch nun droht ihm das gleiche Schicksal wie seinem Teamkollegen Jan Olschowski in der letzten Saison. Olschowski verpasste aufgrund einer Verletzung Teile der Sommervorbereitung und wurde später im Tor durch Moritz Nikolas ersetzt, der die gesamte Vorbereitung mitgemacht hatte. Auf seiner Position hat es Walde ohnehin schwer. Nach der Vertragsverlängerung von Stefan Leiner wird die Konkurrenz hinten rechts noch härter. Joe Skelly gilt zwar als möglicher Verkaufskandidat, doch ob dies tatsächlich geschieht, bleibt abzuwarten. Sollte der US-Amerikaner den Verein verlassen, könnte Walde eine echte Chance auf Einsätze in der Bundesliga erhalten. Vorausgesetzt, Borussia sorgt nicht für externen Ersatz. Doch durch seine nun drohende lange Pause werden diese Chancen erheblich gemindert. Die Verletzung von Simon Walde zeigt einmal mehr, wie unvorhersehbar und herausfordernd der Weg eines Profifußballers sein kann. Ein Rückschlag in der Reha kann nicht nur körperlich, sondern auch mental eine enorme Belastung darstellen. Walde, der als U19-Nationalspieler große Hoffnungen weckt, muss nun stark bleiben und sich erneut durch eine harte Rehabilitationsphase kämpfen. Was denken Sie über die Situation von Simon Walde? Glauben Sie, dass er trotz dieser Rückschläge eine erfolgreiche Karriere bei Borussia Mönchengladbach haben kann? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten und lassen Sie uns wissen, wie Sie die Chancen des jungen Talents einschätzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Walde von dieser erneuten Operation erholen wird und ob er seine Karriere wie geplant fortsetzen kann. Die Fans und der Verein hoffen auf eine schnelle Genesung und darauf, dass Simon Walde bald wieder auf dem Platz stehen kann. Die Saisonvorbereitung mag für ihn gelaufen sein, doch die Unterstützung seiner Mitspieler und Fans wird ihm sicherlich helfen, gestärkt zurückzukehren.